So, da sind wir wieder. Jetzt gewappnet für den Neta und mit Monstern an. Also direkt mal los. Und ich hoffe, das backt gleich nicht wieder, dass wir uns nicht mehr sehen. Mal gucken, wir werden es sehen. Seid gespannt, wenn es wieder heißt Borderlands Abschlussruder. Ja, schön. Mal gucken. So, da sind wir schon mal hier unten in Ballas Mine. So, und ich bin drin. Tschüss. Ich gehe mal jetzt nicht gleichzeitig mit durch. Ich warte mal so. So, willkommen im Neta. Also ich bin da und ich seh dich auch. Ah, ich seh dich aber nicht. Okay, da musst du ihn re-loggen, glaube ich, oder? Eyo, ich re-log eben so. Ich steh hinter dir. Ah ja, da. Hallo, Jubi. Ich seh dich. Gut. Und ich seh da so einen Zombie-Pigmen, oder wie die heißen, die nicht aggressiv sind, wenn man sie nicht angreift. Ja. So, schauen wir mal. Wir sind hier letztes Mal immer durch diese Tore gegangen. Eyo, das war unser Orientierungspunkt. Und da gehen wir jetzt auch gleich wieder durch. Ich würde nämlich sagen, wir gehen direkt zur Festung, oder? Jo, schlagen wir uns zur Festung durch. Das habt ihr ja letztes Mal gar nicht mehr gesehen. Dann fällt mir gerade so ein, wir haben da so einen Lawn-Spawner gefunden, mit dem wir erstmal schnell zugebaut haben. Ähm, achso, ja, hier hoch, genau. Ich muss noch eben was essen. Oh, stink. Und, ähm, ja, den Lawn-Spawner, den wollen wir uns heute mal ein bisschen vornehmen. Also, hoffentlich. Ja, natürlich nehmen wir uns den heute ein bisschen vor und machen da hinten ein bisschen Spaß in der Festung. Ich würde sagen, wir erforschen auch die Festung gleich noch ein bisschen weiter. Jo. Heute sind wir gar nicht so dringend auf Glowstone-Jagd. Da haben wir ja noch einiges. Genau. Und wir haben letztes Mal ja schon gelernt, denn das ist nicht so gefährlich, wie man denkt. Und, naja, gestorben bin ich auch, aber das hat keiner mitgesehen. Du bist nicht gestorben. Und wer etwas anderes behauptet hat, gelogen. Ja, ich persönlich finde, das ist jetzt alles gar nicht so dramatisch hier. Das ist doch alles gar nicht so, äh... Oh, ich bin ein Gast. Gar nicht so spannend. Ja, solange ich schieße, ist alles gut. Du bist hinter mir? Ja. Nein. Ich bin ein Busses-Monster, das dich jagt. Und ihr werdet ihr finden. Dann war auch die Plattform, wo wir mal was abgebaut haben. Die hört sich irgendwie alles voll eklig an. Ja, irgendwie grunzt und stöhnt alles. Ja. Oh. 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 Hört sich das eklig an hier. Ja. Voll, voll schlimm. Ach ja, genau, hier so. Ach, da hinten, ja. Ich überlege nur gerade, wie... Oh, ich habe mir die Beine gebrochen. Ich brauche einen Arzt. Mödig. Was überlegst du gerade? Was? Ich habe gesagt, ich brauche einen Arzt. Ja, aber davor meintest du noch, ich überlege nur gerade. Oh, ich weiß nicht, was ich gerade überlege. Ist das da vorne? Das ist eins von den Toren? Ja, das war das Mini-Tor. Das Mini-Tor. Das Limbo-Tor. Beware of the Limbo-Dancers. Die Arschgang habe ich damit letztes Mal umgehauen, ne? Ist ja egal, lass dich in Ruhe. Sonst greifen die uns wieder alle an. So, und da ist die Treppe. The Stairway to Heaven. Ja. Die sehr episch aussieht. Unsere Treppe ins Glück. Hui. Tuck, 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 tuck. Tuck, 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 tuck. So. So. Bist du da? Jupp. Bist du bereit, dass wir hineingehen in die Festung? Jupp. Irgendwann bauen wir so eine Festung mal ab. Ich finde die Steine so cool. Okay, dann lass uns ins Abenteuer gehen. Gut. So, und damit willkommen in unserer Netherfestung, die wir gefunden haben. Nicht selbst gebaut haben. Ne. Aber ich finde diese Steine extrem toll. Die sehen irgendwie super aus. Diese Netherziegel. Warte mal, was ist das da hinten? Ach so, ich habe gar keine Steine mehr mit. Hast du noch Kabels mit? Ähm. Dumm, die Dumm, die Dumm. Ja, ja, habe ich, habe ich, habe ich bestimmt. Nicht hier, sondern woanders, aber ich habe welche. Wo bist du denn hin? Ich habe mich für die versteckt. Hä? Ich habe mal eben eine Lohr umgehauen, ne? Ja, ist okay. Ob so, du hast den Spaß, hier geht es tiefer. Hier sind auch Neterwarzen, die können wir uns mal mitnehmen. So, mal den wegreißen. Wir wollen ja, sind hier zum Luten, ne? Lut, Lut tut gut. So. Öp. Licht. Also das ist nicht das, wo wir letztes Mal langgegangen sind. Ja, eben deswegen gehe ich hier lang. Junge, Junge, da geht es aber tief runter. Ja, blöderweise, wie gesagt, keine Cobblestones dabei. Sonst müssen wir uns hier mal eben ein bisschen was abbauen. Einfach damit wir was haben, womit wir weiterfahren können, weißt du, oder weiterlaufen können. Ja. Achso, stimmt, hier hat Haltbarkeit drauf. Das geht ja zum Glück alles ganz schnell hier. Ach, Effizienz hätte ich gerne da drauf. So. So, dann haben wir was zum Basteln. Du bist wieder da und zurück? Ja, klar. Geht's da oben irgendwo rein? Oder ist das einfach nur Zeug? Nach rechts hin sieht's aus wie irgendein Gang. Oder? Hier ist Glowstone oben, auf jeden Fall. Ah, und das ist ne Brücke. Wahr. Ne, ne, hier ist ne Brücke gewesen, da wo wir uns gerade sind. Auch noch rüber. Ich lauf mal hier gerade weiter, ne? Wir sollten zusammenbleiben, glaube ich. Ja, ja, ich bleib zusammen hier. Hier geht's zum Ende vom Gang. Sonst ist da nix. Das ist ja spannend. Ja, voll aufregend. Ich hab voll Angst gehabt, dass da gleich irgendetwas Bösses passiert. Ich baue mal hier die Brücke eben ein bisschen zu Ende. Oh, da hinten ist ein Spawner, oder? Ach ne, das ist nur... Hier, wo mein bisschen mit? Hier vorne ist Glowstone. Ja, hier auch gerade. Und hier ist noch irgendwas anderes. Und irgendwas, was sich ziemlich gruselig anhört. So, an mehr komme ich jetzt gerade nicht ran. Vielleicht. Nochmal eben so. So, was ich jetzt finde, darf ich behalten, und der Rest ist mir egal. Wo bist du eigentlich? Bin immer noch hier. Ach so. So. Du bist hier hinten lang, glaube ich. Hier geht's runter. Und da ist der Ballas. Hallo. Moin. So, wir sollten aber in der Festung bleiben, denke ich, oder? So, ja, denke ich auch. Ich konnte mich da nur gut an den Glowstone graben. Dann komm hier hinter und geh mal hier runter. Hier unten waren wir zwar schon. Aber bestimmt noch nicht in dieser Richtung. Weiß ich nicht. Äh, haben wir uns eigentlich irgendwie markiert, wie wir wieder rauskommen? Nö. Das finden wir schon. Oh, da vorne ist ein Brunnen. Oh, Wither Skelett. Ja, hier waren wir auch schon mal. Sehr gute Arbeit. Also hieran erinnere ich mich. Da vorne müsste irgendwo der Spawner sein. Da, wo die Cobblestones sind. Geradeaus. Das ist unser Pfeil. Für die Ausgangsrichtung. Ja, und da vorne haben wir mit Cobblestone den Spawner zugebaut. Achso, hier ganz vorne. Meinst du, da? Jupp. Der hat Kohle fallen lassen. Lustig. Ah ja, da oben. Genau, da oben ist er. Da ist ein Spawner. Warte. So. Moin. Wie hast du beschlossen? Was ist das hier? Eigentlich gar nicht. Hallo. Achso, ich habe jetzt die Musik anzumachen. Der Spawner hat gar nichts. So. Eigentlich, äh, glaube ich, darf man gar nicht hingucken. Weißt du? Ja. Äh. Aua. Brauchen wir hier eben zu, damit hier nichts verloren geht. Jo. Und hier den, wir müssten mal eben die Zäune ein bisschen mit abreißen, damit wir da rüber springen können, falls das ist. Hast du noch, hast du noch ein bisschen was am Baumaterial? Ja. Hier müsstest du nochmal eins zumachen. Äh. Oh, Achtung, da ist einer. Das ist ein zwei. Drei. Drei. Ne. Oh, jetzt geht's ab hier. Was essen. Zieh ich ein Stück zurück. Ich muss erst mal schnell essen, sonst reg' ich nicht. Incoming. Gif aus Loot. Von Narnia. Muss erst mal ein bisschen hochrecken, sonst, äh, geht's mir nicht gut. Ah, ha, 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 ihr habt keine Chance gegen mich. Ja. Ja, da machen sich Tränke jetzt natürlich super bei, ne? Wenn man dann welche bekommen würde. Ähm, Vorsicht, Juvie. Na, jetzt. Also, ich hab erst eine Loe, und du? Ich weiß es nicht, ich glaub, ich hab noch gar keinen bekommen. Ich reiß hier aber grad mal noch. Uah. Spawn. Incoming. Ah, ich brenne. So, spannend. Vorsicht, ich bin am mampfen. Okay. So, eine Loe mehr. Wie viel brauchen wir da eigentlich? Ich weiß es nicht. Wir können einfach mal so ein paar sammeln, so viele eben kommen. So. Was sind wir hier eigentlich noch hinten? Nichts. Boah, das spaut aber wenig, ey. Ah. Man muss bloß meckern. Ja. Achtung. Okay, erwischt. Ja, ha, ha. Not on my watch, bitch. Au, au. Wow. Achtung, Juvie. Arschlochviecher. Incoming. Okay, erwischt. Lass mal schnell ein Stück zurückziehen. Dass wir eben nochmal rechen können. Ja. Okay, ich hab drei Lohnrouten. Ich hab fünf. Na, das läuft ja ganz gut. Also, mit Heiltränk und so wäre natürlich alles besser, aber... Ist eben so. I'm going in. Kannst du mir nochmal Deckung geben? Was ist das? Ich brauche hier mal... Ich brauche hier mal die Dinger schnell zu Ende ab. Die Zäune. Hast du ihn? Ja. Am besten wäre es natürlich, wenn hier so ringsherum alles nach oben hin zumindest dicht gebaut wäre. Ja, da können wir uns ja noch was bauen dann rein. Ich weiß gar nicht, wie hoch das sein muss. Ich auch nicht. Geht noch? Au. I'm burning. Feuerschütztrinke wären schön. Ja. Ich baue einfach kackendreist jetzt mal hier oben. Das ist mir das zu. Boah, mein Nachbar kocht gerade Essen. Wie gemein, ey. Gegner. Ich hab auch Hunger. Schon wieder. Ich hab immer Hunger. Bist du grad ein Level ab? Auf fünf oder zehn? Zehn hab ich gerade. Okay. Das klang wie ein großes Level ab, ne? Da gibt's Unterschiede. Das sind mir noch nie aufgefallen. Die klingen anders. So. Au. Alter. Oh, hi. Oh, ich brenne, ich brenne. Oh, ich glaub, mein Hosenboden brennt. So, ich hab jetzt mal hier so ein bisschen zugebaut, dann kommt die Videos nicht ganz so schnell raus. Ich hab eine Schlange in der Hose. Geht ab. Gibt aber gut Level hier, muss ich sagen. Also, ich hab sowas ja noch nie gemacht, hier so ein Spawner abzufarmen. Au. Was? Nichts? Hallo? 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 Warum mal hier noch die Ecke ein bisschen zu, dass die da wenigstens nicht ganz so leicht rauskommt, hier oben? Möchtest du hier oben? Aua, hast du mich grad gehauen? Ich glaub ja. Du Arschloch. So, spawn mal was. Die mag nicht.